Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lalalalalala Alter mein rechter Knöchel ist so gefickt vom rumlaufen Das ist schon echt ein hartes Zeichen, wenn dein Knöchel von dem ganzen Tag rumlaufen kaputt ist. Da mache ich was falsch, ey. WB Yuki. Ja. Spontan. Spontanität ist ja auch nichts schlechtes. Nicht, Mann? Schnauze. Wieso, du hast doch den Streamer gemacht. Ich schnauze habe ich gesagt, so. Scheiße. Arschloch. Uncool. Ah, ja. Was haben wir denn zur Auswahl? Oh Gott, habe ich mich gerade erschienen. Ich habe gerade auf meine Maus getippt und war gerade der Button. Ich hätte gerade irgendjemand was random gepickt gerade. Nein, ich habe Tauch... Ja, ich, Idiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sooo Miro, Alter. So close. So close. Oh, du spielst ja Deutschland. I don't care, ich guck keinen Fußball. Aber es ist Deutschland gegen England. I don't care, ich guck keinen Fußball. Ich auch nicht. I don't care, ich guck keinen Fußball. Nice. Ich hab gepickt, so, ich bin gleich wieder da. Jupp. Ich bin jetzt so ab. Kindred und Janna haben wir unten. Lost Woods, die Map in TTT ist egal. Ah, hast die getestet, die hatte ich ja jetzt versucht zu voten, aber... LOL! Ich sag's, was ich jetzt nicht sagen sollen, dass es jetzt auf K geht und abgelehnt wird. LOL, was hat der Blitzcrank da gerade gemacht? Geil, Alter, der schüttelt sich ein am Tower. wer hat denn das gerade kurz gemacht? Neue. Ja. Wo? Voll reingezogen. Bitch! Wer hat denn das nicht gerade kurz angemacht? Achso, die weibliche Stimme ist geil. Die weibliche Stimme ist tatsächlich sogar auch eine weibliche Person. Deine Stimme ist geil, Gazei. Ich weiß, geil. Gott. So, äh. Ja, Gott. Gott. Haaap! Der Widerlich. Ach, crass. Man möchte ja mal so eine Hardcore-Gun. So eine Hardstyle-Buff, weißt du? Und Gary's Mordoril so... Aber ich muss sagen, die Best Candy ist das Geilste. Eine Hardstyle-Buffer, die dann so sagt, stay away from my Vodka! Stay away from my Vodka! Stay away from my Vodka! Wie jetzt 7.30 Uhr? Die haben gesagt 20 Uhr! Wer hat 20 Uhr gesagt? Call Bullshit! 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 Was ist um 20 Uhr? Bullshit! Ravage Division! Bullshit! Bullshit! Das kann echt nicht angehen gerade! I believe I can... Nope! Oh no! Oh no! Geil, Alter! Wie geil! What the fuck! Wie geil, Alter! Alter, shit! Das ist natürlich nicht! Wie er läuft, das realisiere ich jetzt erst, wie behindert das aussieht! Hä? Hä? Moment! Das ist doch Buggy! Er läuft doch normalerweise auf zwei Beinen! Ja! Und das ist jetzt durch sein W! LOL! LOL! Wie behindert! Ich bin was ganz Besonderes! Na? Oh! Ich bin was ganz Besonderes! Ich bin was ganz Besonderes! Okay! Nein, 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 nein! Alter, läuft der jetzt so... Das ganze Spiel läuft der jetzt so! Ich kann nicht mehr! Wie geil ist das denn? Wie geil! 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 Ironisch, wenn jetzt auch noch ein Timo ein Gegner-Team wäre. Ja, das wäre so geil. Trüffelsuche! Los, Ramos! Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Such! Feiner, Ramos! Aua! Ist echt wie so ein Hund, alter! Ich stehe voll drauf. Mein Wind kann ja immer so rumlaufen, das ist voll lustig. Los, Ramos, Schnippa! Mein Gott! Oh mein Gott! Nice! Ich flieg sogar noch voll drauf! Weggestachelt! Ich flieg sogar noch voll drauf! Ich flieg sogar noch voll drauf!